Und was ich noch sagen wollte, natürlich dürft ihr auch das Dähnen nicht vergessen. Klar, es ist in der letzten Tag, da hat nicht jeder zu Hause, aber euer Körper ist jetzt warm mit den ganzen Übungen. Ihr wisst alle, was euer Körper gut tut und ihr habt bestimmt auch genügend schon bei der Anstelle Unterricht gelernt und wisst, welche Dähnenübungen ihr auch zu Hause sehr gut machen könnt. Hier war die Anne, ich freue mich, bis aufs nächste Mal. Bis dann, ciao.